Hey Leute, hier ist euer M.O.P. Pokemon Lely, Lely, But, Staffel, Ich zeigte heute einen Kanal Ich heiße, ich liebe meine Pony für immer Und ich hab im Moment noch mal wissen, Wann ist das nicht speziell? Außer ich mache meine M.O.P. Stories Und so und meine Pony PMV Und da ist auch was, aber Was kann ich sagen, außer nur die beiden Videos Hihihi, naja Ich hab im Moment nur 5 Jahre im Moment Und kann man auch nicht Reservier zuhause Das finde ich richtig gut Sehr gut Oh gut Ist gut Ich hab noch mal die Kamera gelesen Ja, so hab ich das gemacht da Und das Ich hab noch mal die Kamera gelesen Oh, guck mal, guck mal, wer ist das? Kennen wir die Kamera? Oh ja Nein, ich glaub ich kenn ihn nicht Pass Haha So, bis nur Pass Ich hab' ja Und ich hab noch mal die Kamera gelesen Und ich hab noch mal die Kamera gelesen Das ist ein füßes Mit der Linken Gleiches ist meine Freundin, die habe die, oh Gott, ich liebe mir das Filme aus, aber ich kann auch wie, äh, ja, und sie haben sie auch mit, und sie vielleicht auch, ähm, bringen mehr Views zu machen, aber sie haben sie auch nicht, weil sie haben mit nur Weih Views gemacht, und, ja, und, ähm, Reimann kommt ja alle, was soll ich, keine Ahnung, schreibt, Reim, jetzt kommt, ähm, ihr in die Kommentare, wer will ein neues Kanal vorstellen, ich mache das gerne, für Leute, die haben nicht so viel Arme, aber wie sonst ist nichts Views, tschüss.